Was geht ab, ihr kleinen Kackalagen, Alter? Wir sind hier gerade in den Stöcken. Samir, Films, 60 bars, DENO. Ja, auf jeden Fall sind wir richtig verschwitzt, Alter. Das Wetter ist richtig gut. Wir haben auch den einen oder anderen Rapper gerade getroffen, haben wir dann überfahren mit dem Motorolla. Richtig geil gewesen der Tag bisher. Wir sind richtig verschwitzt auf Kram. Wir haben nicht mit dem Motorolla. Auf jeden Fall, hier Black One, Tolga 2, oder wir. Meryem Abla auch, schönen Gruß. Ja, auf jeden Fall grüßen wir alle Rapper hier aus Hannover. Unsere Jungs, Bas Caneck, Nadi, mein Bruder. Dann gibt's noch den Diamond, auch schönen Gruß. Moussa gibt's dann noch. Auf jeden Fall, alle unsere Jungs, DJ Emo, auch mein Bruder. Auf jeden Fall alle, die release sowieso. Ich grüße Oktay 2 für Oktay 2.4, der Beste. Genau, ich grüße, äh, ich grüße. Ich grüße Big Shots Rückenhaar. Auf jeden Fall richtig geil, Alter. Ich grüße Agel Bas. Agel Bas, warte mal, da gab ich da. Richtig komisch, da wie aus der LKW-Reffen. Richtig komisch, da wie aus der LKW-Reffen. Er ist mein Bruder, er ist unser Bruder. Aber ich soll garante noch eine Rechenschaft mit ihm. Das haben wir richtig geklärt. Auf jeden Fall, hab ich Spaß an dem Video. Jetzt wird's ernster und wir legen richtig los. Demnächst kommt auch einen Song mit Blackie. Schwarz oder Weiß, wir covern Michael Jackson. Nein, Scherz. Auf jeden Fall, wir sind richtig da mit Tracksop. Bisschen Grime-Double-Time-mäßig unterwegs. Und ja, ansonsten, Gruß an Sami Films, obwohl er vor mir steht. Und ja, ich hab euch alle lieb, die kleinen Dinge. Ja. Ja, was geht ab, meine Freunde? Ich bin die ENO. Und das ist das Making-of zu dem Video 60 Bars. Ja, Melody, Scheiß. Oh, hey. Andere und Rapper. Hey! Ja, es geht. Ja, und es geht weiter. Habt Spaß. Guck mal, bitte, zeig mal, dann Pizzi Dossi Basketball kommt. Aber der war der Mann. Das war der Mann. Das war der Mann, der supportet Sonne mit seinem T-Shirt. Ja, das war ein komischer Regenbogen. Er hat mit seinem guten Fuß erdacht, man kann seinen Sieg groß machen. So ein komischer T-Shirt. Er denkt, Jürgen was da war. Das war der Mann. Das heißt, er geht das Gesicht mit seinen Hagen. Ein Territter. Tick's weg, tick's weg. Das ist ein Megapixel weniger auf der Kamera. Ich meine, zwei Mal schon. Aber die da hinten. Sie denken, mit der brunnen Jacke sind sie sofort Baumrinde. Wir sind hier bei Kaffee Malibu. Hier treffen wir alle unsere Jungs am Wochenende. Kommen Sie nach der Arbeit hier. Und spielen ein bisschen Nuvolein. Wir sind am Internet wie der Herr Blecky. Oder wie wir einfach am Kartenspielen. Den Siebenkarten, ne? 3, 4, 4, 6, 7. Auf jeden Fall, ich liebe dich oft mit Nadi zu sehen. Auch mit den anderen ganzen Jungs. Ich spiele immer Uno, Mau Mau. Und diese ganzen Spielschichten. Ihr wisst das doch. Und Kleingeld haben wir auch. Genügend. Aber Kleingeld und Nuvolein passt dann, ne? Nein. Sehr Taram, Bruder. Auf jeden Fall, ich grüße meinen Bruder Nadi. Aus Pauli. Das ist auf jeden Fall ein richtig krasser, derber Rapper. Und das ist einfach mein Bruder, das ist unser Bruder. Er zieht bald nach Stöcken. Und sehr, sehr talentierter Rapper, inshallah. Wir haben das letzte Video gesagt, mir wer rausgebracht mit ihm. Und ich hoffe, ich pumpt ihn weiterhin auf, wenn Nadi jetzt je, fast bei jedem zweiten Strecken mit mir zu hören sein. Oder mit Blacky oder sonst unseren Jungs. Mein Gruß geht auch an Sie, mein Bruder. Sehr guter Supporter. Auch gleich seit ich meinen Bruder durch den Sattkasten kenne. Wir haben damals unsere Vorhäute angefasst. Bevor wir beschnitten wurden. Auf jeden Fall, ja, gleich rauchen wir eine Shisha. Schwarz oder Weiß kommt auch bald raus mit Franzli. Ein Erf schon da hinten. Und mit seinem Zebra Streifen Logo. Auf jeden Fall werden dicke Dinger kommen und ich hoffe, Hannover wird mehr gepusht. Sami 5 soll mehr gepusht werden, Caller Cinema soll mehr gepusht werden. Street Dog Media soll auch mehr gepusht werden. Die Jungs geben sich Mühe, um die jungen Newcomer aus Hannover ein bisschen rauszubringen. Und ja, ansonsten grüße ich. Immer bei diesen Grüßen habe ich Probleme. Grüße auch mein Babygirl. Und ich hoffe, der Track wird auch weiter gepumpt. Ansonsten gebt euch das Video hier 60 Bars. 60 Bars. Sami 5 Productions. Hey, was sollst du sagen? Wir haben hier einen Tag. 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 Alter, hier unser Beschützer. Wenn der nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht, ich habe zwar Schiss, aber egal. Hier hat auch Angst. Ey, ohne den Dremel müssen. Den hat auch natürlich Angst. Hier ist unser Black Brown. Was ist das genau? Der war uns jetzt nicht egal. Ihr wisst, was los ist, Dinger. Ich hoffe, inshallah, gehen wir mit dem Track Gold. Hä? Okay, kein Problem. Ja. Aber wenn auf jeden Fall Samir den Anteil kriegen ich. Das ist der Manager. Das ist der Manager. Das ist der Manager. Auf jeden Fall richtig gut. Hey, Wally. Hey, Wally. Komm mal her, komm mal her. Was geht ab? Wir sind jetzt mit der Intro-Zene auch fertig geworden. Das wird euch derbe gefallen. Ihr merkt durch diesen jungen Mann. Schauspieler Nummer eins. Und hier wird wahrscheinlich ein Altersheim gebaut. Da war früher voll die Crackwude. Hab mal kaputte Fenster gesehen. Gespenster, mit denen wir nachts am Fußball gespielt haben. Und auf jeden Fall hier ist die E-Straße. Das ist der gesamte Block. Hier wohnt auch der King Emo. Der Rapper. Hier wohnt ein paar gute Homies von mir. Auf jeden Fall, ja. Was soll ich euch mal sagen? Dass sie stecken. Wir haben euch viele Straßen gezeigt. Weizenfelder haben wir euch beispielsweise auch einblicken lassen. Und ja, ansonsten brauch ich gar nicht mehr zu reden. Checkt Samir Films ab. Checkt auf jeden Fall Samir Films ab. Der Herr Bericher ist auf jeden Fall eins meiner Favorites. Und ja. Ich hoffe euch geht's gut. Und euren Schwestern auch. Ja, also was soll ich sagen? Hier gehen wir mal rein. Wenn die Kopfschmerzen suchen. Nacht. Als wir einmal im Kindergarten geflüchtet sind. Ohne Flags. Hier haben wir früher gespielt. Landkasten. Schon damals hab ich den ein oder anderen Rapper gedisst. Ja. Ich mache nicht. Und ja. Ich liebe euch alle. Und genieß das Video meine Freunde. Ich mache auf dem Feld » Und schiment. miracle! Ich介ATION.'' Ich habe den Tag gemacht. Man班ione cheit ich mich auf! Man internacional ist nie immer wieder. Lieblings divided! Kazクatschschmer. B Jingle mit den Aber dann gehen auf 4ah v期. Ja 1 mal bei 3 Saints 2, 2, 3, 2, 2, 1! 2, 3, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1!